a und b haben lange beim wein gestritten a und b haben lange beim wein gestritten und stehen auf entgegengesetzten punkten im trinkstadium der gerührtheit kommen sie sich versöhnlich entgegen jeder hält seine rede mit so viel schwung dass b bei standpunkt a landet und a beim standpunkt b mit staunendem blick reichen sie sich die hand